Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein süßes Popcorn wie im Kino selber machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst benötigen wir mal 50 Gramm speziellen Popcorn-Mais, 4 Esslöffel neutrales Öl, wie zum Beispiel Raps bzw. auch Sonnenblumenöl und 3 Esslöffel normalen Zucker. Als nächstes stellen wir mal einen großen Topf mit dem entsprechenden Deckel zurecht und in diesem muss das Popcorn anschließend natürlich auch Platz haben. Hier gebe ich mal meinen Zucker und anschließend auch mein Öl noch hinzu. Danach schalte ich die Herdplatte auf eine mittlere Stufe, bei mir Stufe 5 und rühre das Gemisch hier innen drin schon mal etwas um. Nun gebe ich rechts seit dann noch mein Popcorn-Mais hier hinzu, mische diesen schön unter und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir mal meinen Deckel gleich zur Hand, gebe diesen drauf und jetzt muss ich etwas warten. Sobald das erste Popcorn hier drin anfängt aufzupoppen, schalte ich die Temperatur, also die Stufe von meinem Herd jetzt nochmal ungefähr auf die Hälfte, bei mir also Stufe 3 und dann schüttle ich es jetzt einmal regelmäßig hin und her. Durch das regelmäßige Hin- und Herschütteln gelangt jetzt auch noch nicht fertiger Popcorn-Mais immer wieder auf den heißen Boden hier unten drunter und außerdem brennt mir das Ganze nicht so leicht an. Das Popcorn hat sich bei mir langsam aber sicher wieder beruhigt, weswegen es soweit fertig sein sollte und nun kann ich mal vorsichtig den Deckel abmachen und meine Popcorn anschließend in eine Schüssel bzw. auch gleich in so eine Popcorn-Tüte füllen. Wichtig ist, wenn du eine Schüssel verwendest, diese sollte man nicht verschließen, da sonst die Feuchtigkeit bei meinem Popcorn nicht entweichen kann und diese sonst relativ schnell matschig werden. Die Portion ist perfekt aufgegangen, weswegen wir unsere süßen Popcorn auch schon selber gemacht haben, welche ich jetzt natürlich auch noch genießen werde. Wenn du dir jetzt übrigens den vermutlich besten Popcorn-Mais, Popcorn-Tüten oder auch einen neuen beschichteten Topf mit Deckel für die Küche zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zum relativ günstigen Preis und das Beste war das Ganze wieder direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra ein Geschäft hier für fahren. Wenn du dir also eines von diesen interessierten zulegen möchtest, dann einfach hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.